Morgen ist es um den Applaus zu den Koptska. Für mich, aber auch für euch. Un momento! Ja so, Classico! Pssst, Gelato a la Panna Classico. Jetzt neu und eigentlich noch Bicot behältlich. Die Troutenfleischbastete verschafft Ihnen heute möglicherweise zusätzliches Haushaltungsgeld. Sie müssen nur das Dösel ein bisschen drehen und den Namen, der drauf steht, notieren. Und zum Schluss wie immer ein Aktionsangebot. Drei Sorten Ballisto Cerealregel in der 6er Box gibt's morgen Bicot zum Aktionspreis von nur 2,75. Also, viel vergnügen und morgen Bicot! Amit! Vielen Dank.